Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4412 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe mit diesen positiven Ergebnissen gerechnet. Vielen Dank, dass alles so gut geklappt hat. Ich habe mit diesen positiven Ergebnissen gerechnet. Vielen Dank, dass alles so gut geklappt hat. Ich habe mit diesen positiven Ergebnissen gerechnet. Vielen Dank, dass alles so gut geklappt hat. Auf dem rechten Rücksitz des Autos sitzt ein Terms. Er trägt einen rosa Rucksack und einen braunen Schal. dass sie in dieser Tasche sind. Ich kann die Tickets nicht finden. Ich bin sicher, dass sie in dieser Tasche sind. Ich kann die Tickets nicht finden. Ich bin sicher, dass sie in dieser Tasche sind. Auch mit meiner alten Kamera kann ich noch schöne Fotos schießen. Auch mit meiner alten Kamera kann ich noch schöne Fotos schießen. Mit einem Lächeln auf deinem Gesicht kommst du immer schneller zum Ziel. Die Toilette ist bis zur Decke blau gefließt. Du kannst nicht aus dem Fenster schauen. Die Toilette ist bis zur Decke blau gefließt. Du kannst nicht aus dem Fenster schauen. Wo kaufst du deine Avocados? Wo kaufst du deine Avocados? Wo kaufst du deine Avocados? Warum muss alles immer so kompliziert sein? Warum muss alles immer so kompliziert sein? Es ist schwierig, eine berufstätige Mutter zu sein, aber irgendwie schaffe ich es. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020